jo leute was geht willkommen zu diesem video hier auf lo denix freunde ja das zweite video heute ja freunde ich wollte mal mit euch ein bisschen reden über die zukunft von diesem kanal ich will diesen kanal nicht aufgeben ich will den als zweiter kanal fortführen freunde aber was soll ich auf diesem kanal für videos bringen schreibt mir mal paar ideen in die kommentare was wollt ihr auf diesem kanal sehen außer live streams weil streams werde ich bringen auf diesem kanal aber natürlich auch auf dem gaming kanal reichen ja und wer es noch gemacht hat lasst mir dort gerne ein abo da freunde weil da kommt schon ein button best auf 50 abo special freunde was ich gemacht habe abonniert den kanal link ist unten in der beschreibung ja freunde ihr könnt mich alles in die kommentare schreiben was wollt ihr für videos auf diesem kanal sehen in zukunft was auf was hättet ihr bock von mir zu sehen auf diesem kanal und vielleicht wird es sogar so dass dieser name oder denix nicht mehr lange sein wird sondern dass ich dann den name ändere falls ihr ideen habt für einen neuen kanal name schreibt mir auch unten in der beschreibung und sonst falls das und dieses video mit ankart hochgeladen heute da würde ich nichts dran machen nur falls ihr auch nicht 100 alles in die kommentare schreiben ist egal von was eigentlich gaming wird hier nicht mehr stattfinden außer erlaubt natürlich live streams dort schon auch sonst könnte alles nicht was wollt ihr sehen was hätte die bock von von mir zu sehen und ja das was für diese kurzen video wenn sich gefallen hat was dauer nach unterlassen aber da das ist schon mal auf der 900 abonnenden sind aktiv hier wie das machen wenn ich idee habe was zu bringen darum mache dieses video dass ich mitbestimmen kann was auf diesem kanal in zukunft kommt bis dahin haut rein ciao